Zwei Bären haben ein Feuer in einem Zoo auf der von Russland besetzten ukrainischen Krim überlebt. Die Angestellten konnten sich vor dem Brand im Tropic Park in der Küstenstadt Jevbatoria in Sicherheit bringen. Aber die meisten Lemuren, Waschbären, Papageien, Kaimane, Schildkröten und andere exotische Tiere wurden durch das Feuer getötet. Der Brand war offenbar im Dach eines fünfstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Wir sind heute einfach in der Küste.